Sie suchen Verstärkung für Ihr Team? Der erste Eindruck ist entscheidend. Setzen Sie Ihren Betrieb doch mit einem Video in Szene. Was Sie brauchen, ist ein bisschen Vorbereitung und Ihr Smartphone. Kein Dreh ohne Drehplan. Dabei helfen die 5 E-Fragen. Wer? Wann? Wie? Wo? Was? Das Was kann zusätzlich in einem Drehbuch festgehalten werden. Auch das Smartphone sollte auf den Dreh vorbereitet werden. Eine kurze Testaufnahme und los geht's. Rücken Sie Ihren Betrieb ins richtige Licht. Am besten Tageslicht, aber Vorsicht. Harte Schatten vermeiden. Ihr Smartphone hat ein Mikrofon, aber für eine bessere Qualität sorgen externe Mikros und das schon für kleines Geld. Der richtige Bildausschnitt ist entscheidend. Schon ein kleines Stativ hilft, diesen beizubehalten. Aber auch eine Kamerafahrt und Kameraschwenks sind möglich. Na, alles im Kasten? Dann ab damit auf Ihre Webseite und Social Media Kanäle nicht vergessen. Der Rest klappt dann von ganz alleine. Der Rest klappt dann. Vielen Dank.